Liest du uns deinen kurzen Text laut vor? Ich habe meine Jugend bei der Kaff verbracht. Das ist sowas ähnliches wie eine Familienbeihilfekasse. Sie ist da für Familien, die Probleme mit ihren Kindern haben. Die Kaff hat einen schlechten Ruf. Sie soll eine Bande von kleinen Gaunern, Dieben und Verbrechern sein. Aber ich, ich glaube, dass es nur Jungen sind, die durch ihre Eltern unglücklich gemacht wurden. Wie ich. Eines Tages kam ein Junge zu uns zur Kaff. Er hatte einen Zeisig, den er gefunden hatte. Alle haben damals behauptet, dass der Zeisig Unglück bringt. Eines Nachts hat der Junge mir seinen Vogel gegeben. Ich habe ihn in einen anderen Käfig getan. Und von Zeit zu Zeit lasse ich ihn im Haus herumfliegen. Ist das wahr? Ganz wirklich? Ich bin kein Taugenichts? Aber nein. Wie konntest du denn nur sowas glauben? Vergiss das nie. Immer schön aufgepasst. Ein prima Kerl, mein Alter. Er ist sehr streng, aber man lernt eine Menge. Wer meinen Sohn anrührt, den bringe ich um! Er ist sehr streng, aber man lernt eine Menge. Er ist ein kaff. Er ist sehr streng, wenn man lernt eine Menge. Er ist sehr streng. Er ist ein kaff. Er ist ein kaff. Untertitelung des ZDF, 2020